Beim Eishockey ist es wie im Leben. Es gibt die Warten und die Wachen. Vielleicht wird ja mal einer von euch ein Profi. Genauso wie ich. Wenn du sicher nicht weißt, dazu wirkst du dabei. So, jetzt holtet sie mich aus. Seid nicht so all die Leute, die anderen schauen ja schon. Komm jetzt. Für eine Partnerin ist es natürlich nicht leicht, mit einem Haribi zusammen zu sein. Was bist denn du eigentlich, wenn du fertig bist? Master. Ich hab eh noch nie mit einem Master getupft. Was wollen die Weiber in dem Alter? Ein Kind? Die Naturbilder, die biologische Ruhe, die Tick-Tick-Tack. Ja? Servus Schatze, ich bin dabei. Ich mag da ein Kind. Ich will kein Kind von einem Kind. Okay, Harry, jetzt hab ich nicht vielleicht ein Pistole zu weit gegangen. Du hast dich grad in der Küche von einem anderen Mann packen lassen. Ja, wolltest du im Schlachtzimmer bei der Leber gewesen, oder was? Ich versteh euch Weiber nicht. Ich mein, was muss ein Mann heutzutage noch alles kennen? Sieben Prozent freuen sich über kleine Aufmerksamkeiten. Blumen, Schokoladegutscheine. Ich liebe es Gnicht, Schmu-Saison-Vorsinger. 84 Prozent. Das ist ein Schaß. Whatever it takes I'll hold my heart by you Über Ruhe, halt die Gurschen! Du holst selber, der Gurschen, du Triersche! Hey! Kennst du ein schönern Sox mit Kärnten? Na? Aber mit Kärnten, den zwar!